Bahnsteig 4C bis D, Westhain, Landbaubereich in Hain über Salzburg auf Bahnhof fährt ein. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich fahre heute nach Langenwang in der Steiermark. Das liegt an der Südbahn. Die Südbahn verläuft von Wien nach Spielfeldstraße an der österreichischen, slowenischen Grenze. Nächster Halt, Next Top, bei Frank Nürnberg. Lachen Sie bitte beim Aussteigen in die Hochdurchsitzung. In Selztal musste dann Kopf gemacht werden. In St. Michael musste ich dann vom Regionalzug in die S-Bahn Richtung Nürnzzuschlag ansteigen. Und in St. Michael�, Die Böge desACEhoffens der Krooge des Dr. Häusern, ==== rescatete die Sitzung für den Vorschlägen in der Schaus crust. Jürgen Wirkliche sind in der Bezülli-Nürnberg. Nach dem Kroogehen ist es der Nürnberg, die Felspäckung und SichtbarkeitUT und Interoperatorn zu sehen. Das war's. Nach größtenteils gelungenen Aufnahmen ging ich zum Bahnhof um nach Bock an der Murt zu fahren. Da musste ich nämlich umsteigen, damit ich wieder zurück nach St. Michael kam. Das war's für heute. Das war's für heute. In Bruckanamur stehe ich dann in den Railroad 133 Richtung Venezia Santa Lucia um. Ich stieg allerdings schon in Lioben Hauptbahnhof wieder um, nehme ich in den Intercity 518 nach Innsbruck-Hauptbahnhof, da diese mich dann nach St. Michael brachte. Die Railroad-Chats, die Richtung Italien fahren, sind meiner Meinung nach bequemer als die anderen wegen den Fußstützen. Die Railroad-Chats Die Railroad-Chats St. Michael ist nun mit dem Regionalzug nach Schladming weiter. Herzlich Willkommen im Regionalzug nach Schladming. Untertitelung im Auftrag des ZDF, In Selztal wurde dann wieder Kopf gemacht. Ich bin untertitelung im Auftrag des ZDF, Ab Schladming fuhr ich dann mit dem Intercity 610 nach Salzburg-Kappernhof hier bei der Einfahrt in Bischofshofengel. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Mit dieser Aufnahme möchte ich mich nun verabschieden und auf Wiedersehen sagen, bis zum nächsten Video.